Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man bei Blackout ziemlich schnell Goldwaffen freischalten kann mit diesen Spraydosen. Wo man die Spraydosen findet zeige ich euch jetzt in diesem Video. So in der Runde angekommen müsst ihr mal die Map öffnen und ich zeige euch wo ihr das markieren müsst. Das ist in der Nähe des Leuchtturmes. Ihr müsst einfach vom Leuchtturm her diese kleine Strasse nehmen bis zu diesen drei Paraken. Wenn ihr jetzt gestartet seid müsst ihr zu diesen drei Paraken gehen. Das in der Mitte da ihr müsst wirklich ziemlich schnell sein weil da wollen jetzt auch richtig viele Leute hin und sich die Spraydosen abgreifen. Aber weil ich da gestorben bin zeige ich euch gerade noch einen Clip wie man die wirklich holen kann. Und die sind wirklich zu 95% sind diese Spraydosen da. Also dieser Kessel. Der spawnt wirklich in fast jedem Spiel. Also ich habe 6 Spiele gemacht und in 5 Spielen war dieser Kessel da. Das heisst ich habe 150 Spraydosen in ca. 5 Minuten gemacht. Und ja Leute ich hoffe euch hat das kleine Tutorial gefallen. Macht das nach solange dieses St. Patrick's Day noch da ist. Weil nur wenn dieses Event da ist dann geht das. Und ja Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Ein Abo würde mich freuen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen mit eurem Freund und ja man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.